In Hessen hat die Kinderimpfkampagne begonnen. Gestern ist der erste BioNTech-Kinderimpfstoff für 5- bis 11-Jährige in den Praxen angekommen. In Gießen wird zum Beispiel jetzt am Wochenende ein Kinderimpfhaus an den Start gehen, am Seltersweg. In Alsfeld wird in der Hessenhalle ebenfalls ein Kinderimpfsondertag gemacht am Wochenende. Und in Kalden in Nordhessen, da sollen zwischen Weihnachten und Neujahr die Kinder zwischen 5 und 11 quasi in einer konzertierten Aktion geimpft werden. Über 4000 Kinderimpfungen peilt man da so ein bisschen an. Ganz wichtig zu wissen, es wird streng nach STIKO-Vorgaben geimpft. Das heißt, Kinder, die Risikopatienten sind oder selber schwer erkrankt, die werden jetzt geimpft und die haben vor Rang. Aber viele Familien, die sagen auch, mein Kind ist pumperl gesund, aber wir haben entschieden, wir wollen das Kind gegen Corona impfen lassen. Und all diesen Eltern, sagt in Gießen der Kinderarzt Dr. Christopher Krug, liebe Eltern, bitte habt noch ein bisschen Geduld. Ja, wir haben eine Riesenmenge an Anfragen und E-Mail-Anfragen. Auch in jedem sonstigen Konsultationsgespräch kommt immer wieder das Thema nachher auf das Impfen der Kinder. Und wir schildern die Situation, versuchen für Verständnis zu werben, dass schwerst erkrankte Kinder, die eine begrenzte Lebenserwartung oder Kinder mit Risikofaktoren oder Risikoerkrankungen als erstes drankommen, eben priorisiert werden müssen. Fast alle Eltern haben dafür auch Verständnis. Und das ist das, was wir so ein bisschen nach außen hingeben. Es wird sich in den nächsten Wochen sicherlich für alle Impfinteressierten einen Impftermin auftun und auch einen Raum für die ausführliche Impfberatung. Aber das ist logistisch eine Herausforderung, der wir jetzt erst mal entgegentreten müssen.